Hey, Miri, machst du mir einen Kaffee zum Mitnehmen? Ja, klar. Musst du dein Hüftgold abtrainieren? Hüftgold? Das ist purer Stahl. Ja, ist klar. Daniel ist ein Jogging-Fanatiker. Der hat mich überredet. Ja, Miri, wird das noch was mit dem Kaffee oder musst du die Bohnen erst pflücken? Sehr witzig. 3,50. Danke. Ciao. Andi? Erst in der Minute. Wie geht's dir? Super, und dir? Hey, können wir nicht einfach... Was denn? Gute Freunde sein? War nicht so gemeint. Du, hör mal. Das mit Nico und dir, das wird bestimmt wieder... Du musst einfach dranbleiben, ja? Auch wenn das mit der Renovierung nicht geklappt hat, aber irgendwann muss sie dir ja verzeihen. Ja, sie hat sogar schon einen kleinen Schritt auf mich zugemacht, wegen so einem Projekt im Auktionshaus. Ach, echt? Ja, kleiner, ja, kleiner, aber immerhin. So, ich muss. Daniel. Dann sehen wir uns. Alles okay? Ja, auf jeden Fall. Ich bin nur ein bisschen müde. Bis dann. Ja. Ist das nicht ein Coffee to go? Was? Sag mal, Christian, wie viele Daniels kennst du? Eigentlich nur einen, dein Bruder. Obwohl, beim Boxen war damals auch einer und in der Grundschule sogar zwei. Ach, echt? Ja, cool. Das heißt, der Name, der ist gar nicht so selten. Irgendwas daran cool. Und? Bist du bei der Nachforschung noch weitergekommen? Was für Nachforschung denn? Zur Häufigkeit des Namens Daniel. Ach so. Willst du mir also nicht erzählen, worum es geht, hm? Nein. Ich gehe zum Helena. Wie kommt es denn darauf? Ja. Warum sollst du ihr sonst Gedanken über irgendeinen fremden Typen machen? Du liebst sie noch. Das habe ich ja nie bestritten. Dann kämpf doch endlich um sie. Was denn? Soll ich zu ihr hingehen und ihr noch eine Liebeserklärung machen? Damit sie mir den nächsten Korb kippt? Ja, guten Plan. Der da wäre? Abwarten. Oh, ich bin beeindruckt. Helena hat im Moment keinen Kopf für Romantik und Liebe. Nico muss sie erst verzeihen. Du kennst Nico, das kann lange dauern. Ja, deswegen ist Abwarten ja auch der Plan. Das habe ich bei Olli auch gedacht. Bis er dann mit diesem Raffi-Papagulo nach Ibiza abgehauen ist. Ich bin hinreißend und wunderschön. Der Laufsteg ist meine Bühne. Ich bin hinreißend und wunderschön. Hi. Hey. Ist Anne nicht da? Du hast übrigens was im Gesicht. Nein, er ist nicht da. Bist du wieder auf Beutelfangen? Ich konzentriere mich nur noch auf Dinge, die ich beeinflussen kann. Wie meine Karriere. Ich bin stark, ich bin selbstbewusst, ich habe mein Leben in der Hand. Deine Drogen hätte ich gerne. Hat sich Olli eigentlich schon mal wieder bei dir gemeldet? Hast du ihm noch nicht gesagt, dass du in Düsseldorf geblieben bist? Wann denn? Als ich es ihm sagen wollte, ist er mit diesem Raphael nach Ibiza abgehauen. Ich habe nur noch die Rücklichter des Taxis gesehen. Ja, aber nur weil er denkt, dass du den Job in Brandenburg angenommen hast? Nein. Weil er seinen Spaß haben will. Und eindeutig nicht mit mir. Wozu sollen das Ganze hier gut sein? Morgen wird die neue Kollektion Linie Clarisse Lahnstein den wichtigsten Einkäufern präsentiert. Und ich werde das Brautkleid tragen. Du hast doch gar keine Erfahrung auf dem Laufsteg. Na ja, so schwer kann das ja nicht sein. Außerdem bin ich Profi. Also du hast dich selbst als Model für die Preview im Schneiders gebucht? Hallo? Ich bin das Gesicht von Inzest. Jeder kennt mich. Und das Brautkleid ist der Höhepunkt der Kollektion. Dann ist ja auch klar, dass ein Rommi das Kleid trägt. Hat auch keiner gesagt. Damit hat sie bestimmt nicht dich gemeint. Ich weiß einfach nicht, was in mir steckt. Tschüss, Dika. Dein Selbstbewusstsein in allen Ehren, aber... Hey, ich hab hart trainiert. Und es hat sich auch gelohnt. Warte. Das hier ist cool. Das hier ist geheimnisvoll. Und das ist, ähm, erotisch. Also für mich sah das alles gleich aus. Irgendwie langweilig. Moment, langweilig kann ich auch. Und jetzt pass auf. Sind das da Eier unter deinen Füßen? Christian, so trainieren die Profis für den Catwalk, ja? Verdammt. Im Fernsehen sah das irgendwie ganz leicht aus. Ja. Im Fernsehen kann auch jeder reiten. Und im Fernsehen brauche auch keiner eine Berufsausbildung. Models sind alles Quereinsteiger. Die tun aber trotzdem mehr für ihren Job, als sich irgendwelche Eier unter die Füße zu binden. Mann, das... mit dem Brautkleid ist meine letzte Chance. Ich muss das irgendwie schaffen! Also, ich kenn mich da nicht so aus, aber... wenn du wirklich was reißen willst, dann brauchst du eindeutig mehr Training. Und wie soll ich das anstellen? Wärst du ein Jockey, würde ich sagen, rauf aufs Pferd. Bei dir heißt das dann wohl eher... äh... rein... ins Kleid? Die Kollektion wird doch total geheim aufbewahrt. Ich weiß noch nicht mal wo. Wie soll ich denn da rankommen? Du weißt ja, wo der Kaffee steht. Aber nimm nicht wieder alles, ne? Ja, ja. Ich bring den Rest gleich zurück. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Meine Beine sind ganz schwer. Sag mal, fällt dir eigentlich an? Was? Wofür brauchst du sowas? Nicht ich, Emma. Wer ist Emma? Der Gehörer von Tanja. Ich hab sie gehalten, während Sebastian das Kleid genäht hat. Das heißt, du hast den Modelsjob echt bekommen. Wissen die, worauf die sich dahin lassen? So schnell kriegt man keine anderen Models mehr? Ich hab alle durchtelefoniert. Ach, war das vor oder nach deinem autogenen Training? Okay, ich hab niemanden angerufen. Aber Sebastian hat mich als persönliche Assistentin gefeuert. Und jetzt muss ich mich voll und ganz auf meine Modelkarriere konzentrieren, weil sonst hab ich nichts mehr. Aber ich hab eine Bestimmung. Wow. Dein autogenes Training führt bei dir zur absoluten Selbstüberschätzung. So. 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 So.